So Leute, ich bin's, Fatimo, ich bin mit... Ich bin mit... Heißt, jetzt bist du ihr? Das geht, euer Beu... Ich wollte das wegen, ne? Heißt, da bist du bescheuert. Du kannst irgendwas kaputt machen. Hier, was spielst du im Gersten? Hallo! Das ist ein Zombie. Ich bleib lieber hinten, wenn du spielst. Ich bin mit der Filmung. Nein, mit der Filmung. Ich will nicht da drauf sein. Jedenfalls Leute, ich bin... Ich bin als der Nightjoker und Nicola ist... Und ich leise als der Nightstrike und wir sind in Nightstrike. Und Trafik ist... Nein, nein. Nein, das ist Wetterkreis. Das ist Notausgang. Jetzt wird's dunkel. Kommt hier was? Hier sind... Hier geht's nicht weiter. Da geht es. Oh, da! Okay, danke. Und... Ja, ich hatte grad... Jetzt kommt was! Jetzt kommt was! Hallo! Und da ist hier... Alles klar! Hell's klar! Drei... Sieh... Na, der ist echt, der ist echt, der ist echt, da kann ich dir sagen, ihr seht, oder? Nein, warte, ist nicht echt, sah es so aus? Ja, doch, ist echt, ich bin ja halt gemacht, der ist doch echt, ich dachte, ich seh schon irgendwie, auch wenn man gerade nicht so sieht. Okay, man sieht kaum, weil es wirklich dunkel ist. Irgendwie dachte ich, wer recht und da schon, irgendwie. Nicht bleiben, nicht berühren, sonst hat's das. Aber bist du... Ja, pass auf. Ähm, könnte echt sein, oder nicht, schau mal. Na, die haben auch mal Puppen verwendet. Ja, eine Puppe, schau mal. Guck mal, komm. Ohlala. Raffi, komm. Oh. Oh, da zickern. Hey, warte, warte. Raffi, du scheißt dich an, was geht mit dir? Was ist los? Ich stelle ihn in die Show. Ehm, Raffi, scheiß dich nicht an. Ehm, hallo, Spaß? Ja, das ist nett. Das ist auch nicht, glaube ich. Das ist dein Weg. Ja. Ähm, ja, glaub schon. Weil, so wie die andere Puppe sieht nicht aus. Nein, ich fände Puppe. Was fehlt? Ja, dann... Ist Puppe? Puppe. Ja, ich fände dich nicht an. Ich fände dich nicht an. Ich fände dich nicht an. Ich fände mich an. Ich fände mich an. Ich fände mich an. Ja, Freirad. Nicola, fände mich an. Man sieht dich nicht. Wie sollst du dich blitzern gemacht? Ja, dass es nicht stört hier. Ich fände mich an. Gieß man mit? Ja. Jetzt? Nein, eigentlich nicht. Aber ein bisschen. Hi Leute, ich bin's. Nicola. Ich bin halt zu euch. Da ist jemand. Da ist jemand. Hallo. Ich hab dich schon gesehen. High five. Ich weiß, dass mein Flugwagen funktioniert nicht. Ich hab dich schon gesehen. Jetzt komm ich nicht raus. Ich hab keine Schiss. Michael Mahler spricht nicht. Okay, passt schon. Michael Mahler spricht nicht. Passt schon. Da ist einer, ne? Ja. Ja, der ist gut. Ich hab mich nicht dafür geklärt. Darf ich jetzt einen Check bekommen? Nein, ist eigentlich nicht so da mit den Sachen. Ich glaub, wir können schon alleine gehen. Mein Flugwagen hat gesponnen. Wo gehen wir? Links, rechts, links, rechts? Oh! Links, rechts. Raffi! Ja, ich da ist. Wollte dich erschrecken. Ja, Alter, bleibst du stehen. Haha, da kommt's noch. Michael Mahler ist gut. Ernsthaft, Leute. Einen schönen Abend noch heute, ne? Hau rein! Der hat mich nur in den Check gegeben. Der hat mir voll... Mein Flugwagen, mein Dreirad hat nicht funktioniert. Der hat mir voll in den Schaub gegeben. Na? Wuh! 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 аль! Na, ich schalte mal den Siegkommen aus. Hau! Er hat mich nur geflecht. Den halben Vork lässt sich nicht erschrecken. Was doch... Er hat mich nur geflecht. Den halben Vork unerschütterlich. Hey, ich guck's, ey, komm... Das ist schon fitzerisch. Nicola! Mike Meyers ist wieder da. Ah, Michael Meyers. Gestrübt, gestrübt. Was sagst ich meine? Ja, Raffi, geh hin, komm. Ich kann's auch machen. Da mein Hose rutschen. Hey, Michael Meyers. Raffi klingt, als würde er einen Orgasmus bekommen. Und da ist... War schon voll Spaß. Und den Neid Zweig für's... Den Neid... Den Neid Zweig hatte mit Mike... Er war nicht cool. Das war schon was mit dem Hacke bei Half Half. Der wollte's mir verschenken, hat's aber nicht geschafft. Dieser kleine Warnschelig. Ja. Nicht wahr? Film nicht. Bin ich zu sehen? Okay, gut. So Leute, ich bin Den Neid Jokern. Filmst du uns? Den Neid... So, wir sind Den Neid Squad. Ich bin Den Neid Zweig. Ich bin Den Neid Zweig. Ich bin Den Neid Zweig. Nein, Den Neid Zweig. Nein, Den Neid Zweig. Ja, Den Neid Zweig. Der Auge brennt, Scheiße. Und Grafik... Grafik brennt das Auge. Okay, Leute, tschau. Den Neid Zweig. Willst du was sagen? Ich hab' gesagt gelernt, weil ich schon lieb. Was? Willst du was sagen? Willst du was sagen? Tschau. Okay, tschau Leute. Schön, dass man nicht viel gesehen hat. Es ist halt dunkel und da will ich halt nicht mit Licht bei. Sonst sieht's dann meist nicht so gut aus. Ah ja, tschau.